Das ist der Gänselocker Acryl. Es nützt nichts, nur wenn man genau die Töne der Gänse nachmacht. Man muss auch wissen, worauf sie reagieren. Ich habe festgestellt, dass sie auf dem Hilferuf, der schnell und kreischend hintereinander gemacht wird, dass da die Gänse drauf reagieren. Ich mache es mal den normalen Ruf vor. Und wenn sie in Panik sind, dann schreien sie so. Dann kommen die anderen Gänse und wollen, dass die eben aufschließen. Und so kann man Gänse damit locken. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. Die Zeitung ist in der Nähe. Die Zeitung ist in der Nähe. 50 Jahre lang habe ich alle locken.